Das Volk steht auf und das Volk wird wach, meine Damen und Herren. Wir lassen uns weder von Söder und Scholz verarschen. Wir lieben die Freiheit, wir kämpfen für die Freiheit, meine Damen und Herren. Wir lassen uns weder zu Impfen zwingen und sonst irgendwas anderes zwingen. Impfen ist eine freie Entscheidung und muss eine Freiheit bleiben. Wir leben nicht in Nordkorea, wir leben in Deutschland, meine Damen und Herren. Es ist unser Land, es ist unsere Freiheit, es ist unsere Demokratie und es ist nicht die Demokratie der Maskenschwindler, der Impfstoffschwindler, der Geldkassierer der CSU, meine Damen und Herren, sondern es ist ein freies Land und es bleibt ein freies Land, meine Damen und Herren. Ich habe gerade schnell meine Hände wickeln müssen, weil jetzt, wenn das glitten hat, dann hat er das Wuup gemacht da drin im Mikrofon. Na, ich finde es einfach nur saugeil, wie viele Leute das da sind, wie viele Leute das endlich wach werden, wie viele Leute das kapiert haben, dass sie uns einfach nur verarschen da oben, die Grauskopfern, die machen mit uns nur was wollen. Na, wir lassen uns nicht mehr spalten in rechts, links, oben, unten, hinten und vorne, sondern wir kämpfen für unsere Freiheit auf der Straße und in den Parlamenten. Wir sind da für euch, meine Damen und Herren. Ganz besonders möchte ich mich auch wieder bei der Presse bedanken, die dann wahrscheinlich morgen wieder berichtet. Bei der AfD-Kundgebung hat es Ausschreitungen gegeben und dann zorgst die Beutel von den Linken da hinten, meine Damen und Herren. Ihr werdet verarscht! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! So, jetzt treiben sie mit Telegram die nächste Sau durchs Dorf und wer war wieder schuld? Ja, die böse, böse, böse AfD. Ja, da hat sich irgendjemand, ja das stimmt, irgendjemand hat gesagt, wenn es so weiter geht, dann befürchte ich, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Was kommt in der Presse? Die AfD ruft zum Bürgerkrieg auf. So werdet ihr verarscht von der Presse, meine Damen und Herren. Die versuchen uns zu zerteilen, zu spalten. Nein, das funktioniert nicht mehr. Die Leute haben verstanden, um was das geht. Wir müssen für unsere Freiheit eintreten. Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Und wir lassen uns nicht mehr spalten. Wir sind unspaltbar, meine Damen und Herren. Wir stehen auf der Straße. Da sitzt du im Bundestag drin, dann sechst du an so ein Lügenpresse. Das möchte ich dir nicht sagen, weil Lügen ist ja Absicht. Aber ich glaube, manche sind so dumm und glauben das, was die da berichten. Nein, es ist wirklich so, da braucht es nicht Lüge. Manche, vor allem wenn es den Bundestag rum sitzt und sechst dann so Politiker wie ein Lindner, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das ist nicht verhältnismäßig. Ein Klauterbach, der sagt, eine Impfpflicht wird es nie geben. Oder ein Scholz, dann mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Ich bin nochmal gespannt, wie viele Wähler in zwei Jahren zur Landtagswahl in Bayern wieder so dumm sind und lassen sich spalten. Wir, die AfD, sind die einzigen, die hinter dem deutschen Volk steht, meine Damen und Herren. Wir sind stolz auf euch. AfD, 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 AfD. Und wenn jetzt jeder mal euren Blick geht, halt, ich darf nicht die rechte Hände ausstrecken. Wenn jetzt, ja es ist Presse da, dann heißt es morgen wieder, ich habe die rechte Hand verwendet. Ich muss der Presse mal sagen, ich bin Rechtshänder, ich muss damit schreiben. Das sage ich jetzt nicht. Ja, ich putze mir einen Arsch aus damit, das wollte ich sagen, aber ich habe wirklich verknallt es mir lieber. Wenn man in die Richtung guckt, da sind die angeblich Antifaschisten, die demonstrieren gegen Leute, die Banner in der halten, für unsere Freiheit, stoppt, Söders Corona-Regime, Zwangssimpfung ist gleich Diktatur, mein Körper, mein Recht, das sind alles Freiheitssachen und die drüben, die da drüben unterstützen das faschistische System der Altparteien, meine Namen und Herren, und das muss man auch noch mal sagen. Und das Schönste war, wie es geheißen hat, wer Gesundheitsminister wird. Und der Angstmacher himself, vor zwei Jahren hat den Klauterbach noch keinen Menschen gekannt. Dann ist er das erste Mal vor der Kamera gegangen und er hat gesagt, oh, die erste Welle. Und seitdem sind wir von Welle in Welle in Welle gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin kein Corona-Leugner, ich kenne sogar Leute, die positiv Tests sind. Ich kenne sogar Leute, die haben dann keinen Tag gehabt und ein wenig Fieber gekriegt auf das. Ja, und ich kenne auch mittlerweile zwei Leute, die an oder mit Corona verstorben sind. 73 Jahre schwer Asthma, also die waren an jeder Lungenentzündung, an jeder Grippe vermutlich auch verstorben und einer mit über 90. Also mit über 90 darf ich halt auch einmal so Dankeschön sagen und habe ein schönes Leben gehabt. Also, das wäre auch was anderes gewesen. Aber können wir uns einmal ehrlich, wir haben in Deutschland jedes Jahr 300.000 Leute die an Krankenhauskeimen erkranken und wir haben jedes Jahr 30.000 Tote durch Krankenhauskeime. Jetzt, wenn sie das jeden Tag im Fernsehen bringt, liebe Presse, dann geht in einem halberen Jahr keiner mehr ins Krankenhaus, weil er Angst hat davor. Macht euch die Leute keine Angst nicht. Über 99% sind gesund. Bringt es jeden Tag in der Früh im Fernsehen, bringt es einmal positive Nachrichten. 99,8% sind gesund. Herzlichen Glückwunsch! Aber die machen Politik nur mit Angst. Ihr müsst jeden Tag Angst haben. Weil mit Angst lassen sich gut Politik machen, mit Angst lassen sich die Leute in die Enge treiben, mit Angst lassen sich die Leute nach Hause einspüren. Nein, wir brauchen keine Angst nicht haben, von was? Weder der Klimawandel wird uns umbringen, noch Corona wird uns umbringen, oder alles andere, was in Zukunft kommt, wird uns auch nicht umbringen. Aber was uns umbringt, ist, wenn wir der der Politik weiterhin glauben, weil dann haben wir kein freies Deutschland mehr, meine Damen und Herren, dann enden wir in einer DDR 2.0. Und das muss mir nicht gesagt werden. Im Übrigen war das jetzt wieder ein Satz für den Verfassungsschutz. Ich stehe im Verfassungsschutzbericht, weil ich auf einer Kundgebung einmal gesagt habe, wenn wir in der BRD nicht aufpassen, wachen wir in der DDR 2.0 auf. Und das ist angeblich verfassungsfeindlich, meine Damen und Herren. Die haben keinen Verfassungsschutz, wir haben einen Regierungsschutz, meine Damen und Herren. Und dann sagen, brauchen wir nicht. Wir brauchen einen, der unsere Verfassung schützt. Die unsere Freiheit schützt vor Verbrechern. Die unsere Freiheit schützt vor einem Söder. Die unsere Freiheit schützt vor einem Scholz. Scholz muss weg! Scholz muss weg! Scholz muss weg! Ich habe nur einen Augenblick geschaut, wie weit der Kindergarten da hinten schon ist. Also, ich habe ja tatsächlich einmal viele geschaut. Aber ich muss immer wieder sagen, naja, wenn man jung ist, muss man ein wenig ein rotes Herz haben. Und wenn man dann die erste Lohnabrechnung kriegt, dann ist es gleich wieder vorbei mit dem roten Herz. Also, das sind ja die alimentierten da hinten, die entweder vom reichen Papa und Mama leben oder von irgendwelchen Steuern leben. Aber, weil, wie gesagt, wenn Sie mal eine Lohnabrechnung kriegen und auch einmal sehen, wie viel man für kranker Kass zahlen muss und alles, dann wird ja eine Angst. Nein, meine Leute, wir haben keine Krankenhauskrise, weil zu viele Leute krank sind, sondern wir haben eine Krise, weil wir die letzten 20 Jahre eine beschissene Politik hatten, die unser Krankensystem, unser Gesundheitssystem kaputtgespart hat, meine Damen und Herren. Wenn ich natürlich Krankenhäusern Geld dafür gebe, wenn sie weniger Betten haben und da Krankenhäuser nicht mehr der Daraufseinsfürsorge unterliegen, sondern alle privatisiert werden, ja, dann muss ich damit rechnen, dass die Krankenhausbetten abbauen. Aber wenn ein Herr Spahn, der sich während der größten Krise, angeblich seit der Spanischen Grippe oder seit der Pest, eine Villa für 4,1 schismich Tod Millionen Euro kaufen kann, dann wird, 2,5, Entschuldigung, 4,125 Millionen Euro kaufen kann, dann läuft in diesem Land was falsch, meine Damen und Herren. Also, meine Damen und Herren, ihr werdet mich heute noch das ein oder andere Mal hören, ich muss mir noch den ein oder anderen dummen Spruch aufheben und jetzt wieder reinfallen lassen. Haben wir jetzt zwischendurch noch mehr Muse? Und dann kommt, dann hört es uns ein Spitzenkandidat zur Bundestagswahl diesen Jahres, der als Spitzenkandidat eingezogen ist, an Peter Bördinger, meine Damen und Herren. Aber jetzt, glaube ich, sprechen wir zuerst nur ein Liedl, weil wir müssen natürlich mit alles desinfizieren, weil das Desinfektionsmittel hilft, nämlich gegen Bakterien. Aber wir kämpfen gegen Viren. Aber wenn es Auflage ist, dann macht man es halt einfach. Dankeschön fürs Aufpassen zuerst einmal. Vielen Dank.